Was ist besser, Ketchup oder Mayo? Ihr habt abgestimmt und wir haben einen offiziellen Sieger. Ketchup hat 3.974 Stimmen, Mayo hat 3.710. Ketchup ist also der Sieger. Willkommen zu den Allerlin' Choice Awards. Wir klären hier Sachen, wie zum Beispiel, ob das Matheheft gelb oder braun sein soll. Die heutige Angelegenheit, was ist besser, iPhone oder Android? Wichtig, wir diskutieren sachlich und streiten uns nicht in den Kommentaren. Mein ganz klarer Favorit, iPhone und ich bringe jetzt kein Android-Kamera-Witz oder sowas. Ich finde iPhone nur besser und gerade heutzutage brauchen wir alle etwas mehr Eier. iPhone. Bro, der war richtig schlecht, das musst du rausschneiden. Ihr stimmt ab, liked den Kommentar unter diesem Video, der eurer Meinung nach der Gewinner sein soll. Päufre!